Notfall-Szenarien, Krisen-Szenarien, die Vorbereitung dazu ist nichts anderes als Hilfe zur Selbsthilfe. Und kommt es zu Notfällen oder Krisenfällen, müssen wir unsere Aufträge, unsere Aufgaben wahrnehmen können. Eine Organisation in diesem Bereich wird uns niemand abnehmen. Das heisst, wir oder sie sind verantwortlich dafür, dass wir uns selbst helfen können, diese Situationen möglichst gut zu bewältigen. Wir können nur miteinander und aufbauend aufeinander ein Ereignis bewältigen. Es ist eine Art Teamarbeit im grossen Sinne und wir sind daran interessiert, dass wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander oder das System als solches bekämen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017